Bitte wieder an der alten Festung. Ich war ja gestern in Bindenbach. Da bin ich wieder. Ach, da war ich ja gestern schon, ja. Ach, da war ich gestern schon. Äh, duberle. So, jetzt Level 16 neue Maps. Nehmen wir mal Level 16 hier einen Angriff, ne? Wie lange dauert es, um Level 17 zu werden? Ich take a look. Ey, babe. Take a look, unsere Mahlzeit. Ich seh, hey, babe. 18.31 Uhr. Ich geh erst mal zum Starten hier, zum Warmwerden wieder hier hin. An meine alte Position. Zum Starten hier. Ich hab hier noch 54 Fische von heute Nacht. Hab ich noch. Ein paar, ja. Ein paar hab ich noch. Aber erst mal hier ganz easy, entspannt, locker, flogig anfangen. Erst mal hier positionieren. Ah. Ich gehe jetzt mal hier. Wo bin ich da für ne Weide? 11 Oh mal 11 Meter 11 Meter Und mal hier Und dann Hallo Hallo? Die grünen Schnüre sieht man halt sehr schlecht, ja. Das ist vielleicht was mich hier ein bisschen... ...frustulated. Ja. Da gehen wir auf... Da bin ich noch nicht so... ...ganz d'accord damit. Äh... Dann nehmen wir auch einen Kleinen. Dann haben wir einen Kleinen zum Warmwerden. Ne, ich nehme Regenwurm. Und bin da auf... ...11 Meter. Aaaah... Stress nicht. Moment... ...spiel. Ich muss mich hier erst mal einstellen. Ich muss erst mal hier warm werden. Mich zu warm... ...dann nehme ich mal die... ...kirchen Dinger. Probier mal so... Probier mal die... ...kirchen Dinger. ...dann... ...dann... ...irgendwie spinnt halt wieder meine Maus. Man sieht die so schlecht, die grünen. Die ist so ein kleiner Bermutstropfen, ja. Also wenns irgendwann mal weiße gibt, hole ich mir weiße auf jeden Fall. Das ist eins was sicher ist, ja. Die ist eins was sicher ist. Sobalds die gibt, ja. Was ist heute mit der Losmaus? Aber heute war da irgendwelche... ...irgendwelche Koordinationsschwierigkeiten. ...dannend. Oh, das ist ein kleiner Bermutstropfen. Aber ich glaube beim Vierer tue ich was anderes machen. Ich brauche einen anderen Töner. Ich probiere einen anderen Töner. Der war einfach ohne Regenwurm. Ich habe die Dreierhaut ab. 360. 360. Gerade beim Auswerfen sehe ich so schlecht wie... Wo wirf ich denn? Ei, wo werfen sie den, junger Mann? Wenn ich Taschellampen mache, sehe ich sie besser. Aber nur dann. Aber nur dann. Moment, habe ich nur ein Rot-Auge. Hallo? What's that, Pussycat? Immer Lampen wollen. Hä, wo sind die Schnüre? Moment, hä? Ich habe gar keine Schnüre, ne? Ich habe gar nicht Sie. Ich habe nur die Florene erlebt. Ich habe nur die Florene gesehen. Ich habe nicht richtig. Ich habe nicht gehört, was ich gemerkt habe. Ich habe nicht gehört, was das die Florene dritte. Ich habe nicht gehört, dass ich gehört. Und die Florente hello. Ist heut Tag der Roter oder was? Hab ich da was verpasst? Hab ich da was verpasst oder nicht? Konnte es sein oder was verpasst hab? Ich seh, hey man! Dann gehen wir vielleicht mal... ...eventuell... ...zu eine andere Sporte? Jeden später oder so? Ein Schläfer! Ein Schlä... Ein Schläfer in der Nacht... ...hat über dich gewacht... ...mein Freund... Ich muss jetzt mal alles hier bewerber positionieren... ...ja, warte mal, ich kann mal zwischendurch mal oder so... ...mordes... ...weils... ...ver dwa ... ... Entitates? Merkwärst oder Therapon? Soll man noch wehs? Anscheinend, ja. Aber wie gesagt, dann werde ich mal 350... ...Meter der Hause. Was? Wo ist da hin? Hä? 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 Bitte? Bitte? Ich mach den mal kurz weg. Wird mal woanders dann hingehen. Wir haben jetzt bisschen was, ne? Erstmal hier Stärkung zu mir nehmen. Trampen essen. Und dann gucken wir mal, ja. Wenn ich die zwei, wenn jeder gebissen hat, dann... ...und eingeholt hab hier... ...könnt maaa... ...Meter... ...Achiii... ...und dann auch ne Regenwurmhahn... ...und dann auch ne Regenwurmhahn... ...und dann... ...die wollte ich ja einmal probieren, ja. ...ja... ...ja, jetzt wisch ich mit hier. Hallo, ja. Ich möchte auch mal. Ich möchte auch mal. Wer will noch mal? Wer hat's noch nicht? I got a hey babe. Ah, im Grunde bringt glaube ich grad... ...töchst das Höhenspill. Okay. Say hey babe. Take a look at the wild side. Say hey babe. Take a look at the wild side. Nope. Oh, it's alright. Baby's coming back. Baby's coming back. It's alright. It's alright. Also machen wir mal drauf. Und dann haben wir mal... ...eine Binschicken drauf. Jo. Jo. Und dann machen wir mal die... Wann, da habe ich noch vier, bitte habe ich 142. So. And here I go again on my own. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wir fliehen durch die Wälder, durch die Wiesen, durch die Flur. So. Sag mir, wo ist der Alte nur? Boah. Ich bin von dem Spiel so irgendwie mittlerweile begeistert, dass ich selbst auch nachts und nach dem Stream noch, während ich hier YouTube mache und so. noch mal so zwei Stunden am Zocken bin. Wahnsinn, ja. Und das will was heißen bei mir. Und das ist ja, dass ich dann offline noch einmal den Stream anmache, äh, im Spiel anmache und spiele. Und wo ich normalerweise denke, wer war schon Gott so lange endlich hier war. Sei auch oben, ne? So. So ist es bei mir, ne? So, ich mal gucken wir mal hier. A, den Mann wurde. Dann nehmen wir einen kleinen. Und da mach ich meinen Taube. Da hab ich noch 27. Jo. Und ... Wo bin ich auf? Tiefe. Nummer 12. Wer zwölf, mehr? Ich geh mal auf zwölf. Und dann zur Klammer, ja. Man 3. Da haben wir Rain. Da mach ich auch. Da mach ich den mittleren dran. Den mittleren. Mach die Made. Und dann auch 12. Den mittleren detox. Was müsst ihr denn? Ja, chega mal nach. Ja Ja. Ja! Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe schon mal einen, da haben wir schon mal ein Ghibli, ein Ghibli. immer vorsichtig immer vorsichtig sein hier haben wir gerade den wald schauen wir mal ob ich einen mischtwurm kriege ich hab mir doch mal den mischtwurm blöde das ist der rechte Kleiner begeh ich ja was Kleines, so wie auf Kaulbarsch oder so, alles so mitbringst du von zu Hause. Ich mir traue ihn, oder? Ich wusste warum. Ich wusste warum. Warum er ihm nicht trauen sollte. Dem Herrn Hiebel. Der geht auch wieder flöten. Der weiß noch nicht, wo er hin will. Der Kleine hier. Wo gehen wir denn hin? Er kann sich doch nicht so richtig entscheiden. Wo will ich denn hin? Soll ich, soll ich nicht. Trau ich mich, oder trau ich mich? Nicht die Art. Du Kleidersack du. Da geh mal kurz auf Kaulbarsche so. Schlapphumsel da. Damit wir ab und zu was fangen wenigstens. Wir haben jetzt 2,47 oder 11,2 Grad. Ich muss mal irgendwie meine Cam ein bisschen anders machen. Auf die andere Seite, wenn ich auch mal dran denke nach dem Stream. Und die andere Seite nach links, damit man hier das vielleicht ein bisschen besser sieht. Ja. 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 Los Informationen. Vielleicht kriegt man ja auch mal so einen großen Kaulbarsch oder so einen Prämie Kaulbarsch. Das heißt hier Trophy, wie das Wetter bewolken. 3.14 Uhr sehe ich gerade noch... Also wenn rechts noch mal was beißt, auf meiner kleinen... dann werde ich sie ändern dann beim nach dem nächsten bis um eventuell die möglichkeit zu haben den habe ich ja nur jetzt auf winzig gemacht damit wir das warten leicht überstehen und wenigstens ein bisschen was fangen zwischendurch bis september rains oder till november komm ich weiß nicht geh da geh da oder geh ich noch ein stück komm geh doch noch ein stück ich trau dir nämlich nicht ich trau ihm nicht ich traue nicht einem fisch über 5 cm oder oder hätte er nur sich zurecht gelegt und weiß noch was er will jo wenn etwa ich was will dann tun wir das jetzt mal ändern gehen hier auch auf klein dann gehen wir auf los regen dann haben wir alles an wärmer jetzt haben wir vier uhr zehn wolken wolkig aber sonne so ein wolke sonne mix und zehn grad zu warm mehr sag ich zu warm und wir bleiben hier bis jetzt sagen 8 uhr und dann verschnupen wir uns mal woanders hin und versuchen unser glück woanders hin bis sie's gehört bis sie's gehört bis sie's 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 Auf meinen Tauwurm. Karausche? Eigentlich wollte ich dich nicht, aber ich nehm dich gerne mal mit. Ich nehm dich gerne mit, Kapitän auf die Reihe. 5.09 Uhr, 5.10 Uhr, 11.00 Grad. Das hat meine Mate gar nichts mehr. Das wundert mich so ein bisschen. Wäre halt hier gut so Fischfetzen oder so zu haben, ja. Kann man Fischfetzen kaufen, sind die teuer. Für irgendwas muss man ja das Geld ausgeben, ne. I'm so hungry. Ah, auf den Mischtwurm wollte ich eigentlich gehen, ja. Ich habe ja noch den Mischtwurm. Den Mischti habe ich auch noch. Diebe. Wenn ich noch ein bisschen was anderes, ja. Der Dreier mal raus. Oh, ich glaube es könnte vielleicht eventuell noch regnen. Also ingame Mischtwurm. Mischtwurm. Von den haben wir nämlich gestern auch nochmal geholt. Da auch was hinten rum. Wie qual das ist im Dorf? Die beiden Sicke haben wir auf dem Feld gab. Wie geil ist die Brille? Der Gegenteil ist natürlich wögel. Schuss! 6 uhr wie gesagt so bis um 8 uhr 8 halb 9 bleibe ich hier und dann gehen wir woanders hin so lange gebe Aber der in der Welt, der ist am inaktivsten... Kaum gesagt und schon, hallo, ich bin auch noch da, gell? Ja, ich habe mich nicht vergessen, ja. Ist das ein erhoffter Orl? Ja, ich bin auch noch da, gell? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Aber wenigstens ein Kilo. Barsch. Scheiße. Ich hab jetzt echt können. So die Hopeless. Oh, das kennt ihr selber dieses Wunschdenk. Oh, der... Ach, der andere. Aha. I got A, babe. Der Herr Almdudler spielt Rasenpissing. Der Herr Almdudler. Guck, guck, guck. Er ist Oppi Popi. Der Herr Almdudler spielt Rasenpissing. Oh, 78. Aber der Barsch war schon... Aber wenigstens viele preisliche Fische, ne? Aber halt alles net, was sie gebrauchen kann im Schub, ne? 8.23. Ah, ich hab mir jeden mal hier... Ich geb mir noch mal die Chance. Und um 9 machen wir hier halt einen Fisch hier, ne? Machen wir einen auf Abgang. Und dann gucken wir mal. Und dann gehen wir vielleicht mal... Hallo? Warte mal hier hin, oder? Hallo? Wo geh mal hin? Wo wurde aber der hier... Waldfisch? Aber das war eigentlich heute, oder was? Ah, ist vorsichtig. Aber immer macht er mal groß nicht hier die... ...Bewegung so... Juhu... Ah... ...ja... Ganz recht haut er ab. He is... He is incoming. Oh... Weil so langsam kommen ja die etwas schöneren... Diebel... Bröckchen, ne? Reingetrudelt. Ich glaub, die sind alle so... Frühaufsteher, ne? Ja, die Maus... ...Karauce. Auch nicht schlecht! Ja, hallo... Nimm mir auch noch mit. Dann machen wir alles mit... Ein Schuss... ...geb' ich euch noch. bin zufrieden ja kann nicht meckern für den start gab schon schlechtere zeit sowieso nicht oder wie man so schön sagt sehre staats wo man nicht so vom glück oder können der ältere mann habt ihr ja gesehen wollte man was sagen aber irgendwie hat er wieder nichts auf die kette bekommen gemischt einen stinken mischt links ist auch am start das meine maus schläfergründe packen wir die mal weg und probier mal oh ein spaßes halber Schläfer oder Karroger? Schläfer, oh jetzt kommen die Schläfer Überall hier Baustellen am Start Ja, wir montieren hier mal ab Ok, noch woanders hin So können wir einparken Woanders hin gehen Bisschen was von der Welt sehen Und gut ist Let's see something from the world From the world outside the moon Dann gehen wir auf die andere Seite Und dann gehen wir mal ein bisschen auf Brot-Teig Brot-Teig Mal ne Runde auf Brodi Brodi-Rodi Ja So, dann machen wir da Let's change the music Hier ne Dann nehmen wir das erste Mal hier den mittleren Jo Und probieren hier den Weißbrot Benutzen gehen wir ein bisschen auf 13 Meter Und dann haben wir den Knoblauch-Teig Und dann haben wir den Knoblauch-Teig Gehen auf 13 Meter Gehen auf 13 Meter Und ja Ab durch die Luzi Und hier haben wir mal Da haben wir einen kleinen Und gehen hier auf Made Und geht auch auf 13 Ja Schau mal Äh 11.44 Uhr Schwert sich Ob hier was gehen könnte oder nicht Auf die Teige Oder überhaupt Hahaha Wenn ein Mistwurm Brauchen wir schon eine Kau Oder Brauchen wir eine Kau Aber ohne Anfütterung glaube ich nicht Habe ich halt nicht Habe ich halt nicht Futter haben Wenn man da So vier Fünf Sechs So Dinger Da So Kügelchen da rein Speisen könnte Weil man die kaufen könnte Ja Weil sie kaufen Aber herstellen kann ich sie nicht Oh ich habe eine Fähigkeit Wo ich bin Ich steppe Wart so lange da her Ich habe auch stationäre Fähigkeiten Auf Grundwischen Damit ich hier die stationäre Rolle erstmal vollkriege So Mal ist weg. Packen unsere sieben Sachen. Das habe ich zufangen. Einmal Angel weg. Wunderbar. Welches? Die hat sich gelöst. Und die hat sich auch gelöst. Gott sei Dank. Ich bin gerade auf, wo sie steht. Gut positioniert, oder? Oh, ja. Und dann geht sie noch. Ich kriege auch noch einen Fisch. Oder noch eine Karausche. Ich kack mich gleich ein, ja. Einmal jetzt lang, oder? Oh, ehrlich. Ah ja. Dies war jetzt ja wohl lock. Da ist doch russischer lang ab, ja. Holy shit. Äh. 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 Das habe ich dir vorhin gesagt, wo du noch da warst. Ganz am Anfang habe ich dir das gesagt. Dass ich gestern offline hier noch Level 15 gemacht habe. Ja. Ja, die Leute. Das war schwierig, ja. Wo sind all die Leute hin? Ja, das ist schon kurios. Ja, das ist alles. Ja, ja. Das war ganz am Anfang, wo du gekommen bist, habe ich dir das gesagt. Ja. Aber Dankeschön, Dankeschön. Sehr skurril hier alles. Sehr skurril hier. Aber ja, jetzt soll er alles ändern von gerade eben. Dann gehen wir auf... den Mistwurm benutzen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mein Brot hat geschissen, ja. Ein Giebel wollt auf mein Brot beißen. Der Herr Giebel scheißt auf mein Brot. Im Abendrot, ja, ich sage immer viel, aber schwierig, 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 ja. Dankeschön, ich habe es doch auf Discord gepostet, Jake. Ich habe erst zu meiner Mutter gesagt, ja, gestern habe ich das gesagt, aber du hörst mir ja eh nicht zu. Nein, 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 ich höre schon zu. Ich habe es nicht vergessen. Sag ich, nein, du hörst mir nicht zu. Meiner Mutter erzähle ich auch immer, was die registriert ist anscheinend auch nicht. Hallo, was mit dir? Hängst du so durch? Die hängt durch, die mag nicht mehr. Ich häng auch durch. Ich häng auch durch. Grüß dich, Jake. Ich halte mich, danke. Ich halte mich, wie gut. Ich halte mich. Ich halte mich. Rotauge! Ja, so langsam entwickelt man hier den siebten Sinne. Der siebte Sinn, habe ich früher mal angeschaut, der siebte Sinn kam immer. Ja, aber nur weil ich mir extra nach dem Stream das Spiel zum dritten Mal auf dem Laptop gemacht habe, damit ich, wenn ich offline bin, spiele ich es dann vom Laptop. Und dann erst postet er sie auf Steam, you know? Und da ich das heute Nacht offline gemacht habe, über meinen Laptop, über das installierte Russian Phishing, postet er sie dann auf Steam. Erst dann. Die, die ich jetzt mache, da postet er sie nicht auf Steam. Obwohl er mir anzeigt, er postet sie, ne? Aber da bin ich ja nicht angemeldet, in dem Sinn. Obwohl ich mich anmelde bei Steam, bin ich nicht. Und auf mein Spiel zugreife, über Nvidia, nimmt er nicht mich. Ich weiß nicht, was das für eine Logik ist, ne? Hausfrauenlogik? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie war dein Tag? Wieder einmal ein neues Modell malen. Wir haben mal da auf 9. und den Brotteig mache ich weg, ja, kaum sage ich, ich mache den Brotteig weg, schon kommen sie wieder, schon zappelt er, nein, bitte mach mich nicht weg, bitte mach mich nicht weg, und dann, äh, 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 vier Minuten, what? Ich muss noch was verkaufen Ich muss unbedingt was essen, und zur Olga, und zur Olga Gerade Landschaft, ah, mal wieder eine Landschaft Schön Aber ich geh mal schön zu Olga Da eh nur noch zwei Minuten Weil ich kann da mit Sicherheit noch was andrehen Weil ich brauche Platz in meinem Kescher, darum werde ich jetzt alles verkaufen Und, weil ich habe ja hier 93 Fische, und 93 Fische sind ein bisschen arg viel, ne? Giebel, brauchst du Giebel? Giebel? 4 ab 350 Nach Gewicht 1 2 3 4 Rotauge Habe ich keiner Paar habe ich auch keine, geht sogar raus 1 2 1 4 5 6 7 7 7 Bringt 35 Silber, das ist gut Das ist gut Und, dann gehen wir zurück Überrecht verkaufen wir hier Alle 128 Silber wieder, ne? Für 82 Fische Ich nicht schlecht I'm a rich rich man Ich habe jetzt gerade mal so 160 Silber verdient, jo Damit kann man leben, jo Es ist halt immer wieder ärgerlich, ne? Wenn ich offline spiele, kann ich in aller Ruhe spielen Ah, den kriege ich wenigstens noch, den kriege ich wenigstens noch Rotauge Oder hvad? Den kriege ich auch Ah, den kriege ich den noch, ja Den kriege ich auch noch Wonderful 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 Und So Soll ich noch schnell reisen? Ah, langt man nicht mehr Aber nach dem Essen kann ich noch Ne, aber ich wollte mich zurück mal wieder nach Windenbach Da nochmal mein Glück probieren Und sonst, wie war euer Tag? Ich mach grad mal das Fenster ein bisschen auf När ich mich noch baue Und wenn ich mich noch nicht selber noch Ich brauche gleich zu kurz vermuten Und das ist alles Katerinrich Und da haben wir einen Entfernen Geteinander Ich weiß nicht, dass ich auch noch Ich weiß nicht, dass ich auch noch Oh, der ist jetzt